Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Montag hier bei wetter.net. Ja, der Winter, er lässt weiterhin auf sich warten. Zwar gab es am vergangenen Wochenende stellenweise auch mal etwas Frost, Luftfrost, Bodenfrost, aber Schneefälle gab es nun mal weiterhin nicht. Und vielfach sieht es auch in den Mittelgebirgen ziemlich mau aus mit Schnee. Besser gesagt unter 1000 Metern, da ist in den deutschen Mittelgebirgen relativ wenig Schnee zu finden. Ja, und hier und da gibt es vielleicht mal ein bisschen Schnee auf den Pisten, aber drumherum dann oftmals doch ziemlich grün. Und das auch Richtung Alpenrand und nur in den Hochlagen der Alpen, da liegt zum Teil noch richtig ordentlich viel Schnee. Ja, und dieser Woche, da kommt schon wieder Frühlingsluft nach Deutschland gezogen. Schon wieder Temperaturen zur Wochenmitte um 14, teilweise 15 Grad, aber danach zum Monatsende. Wir hatten es ja bereits ein paar Mal erwähnt, da ist eine kleine Tendenz da, es könnte kühler werden. Ob es dabei bleibt, das schauen wir uns gleich mal etwas genauer an. Doch zunächst der Blick auf die Großwetterlagenkarte vom heutigen Montag. Und wir sehen, das Hoch Christian ist weiterhin wetterbestimmend. Nur im Nordwesten, da kommt der Tiefausläufer von Fenja voran. Der bringt dann hier heute stellenweise auch dichtere Wolken und stellenweise auch mal etwas Regen. Das Ganze runter bis zum nördlichen Rheinland-Pfalz, sonst meist im Süden und auch im Osten trocken. Aber viele Wolken und die Sonne, die macht sich wirklich rar. Die Temperaturen heute noch gemäßigt 4 bis maximal 9 Grad, also noch nicht ganz so extrem mild. Die kommende Nacht zum Dienstag, die bringt vor allen Dingen hier im Südosten stellenweise einen klaren Himmel und auch Frost zwischen 0 und minus ein, vielleicht auch mal Richtung Alpenrand bis zu minus 2 Grad. Aber sonst im großen Rest ist es frostfrei. Im Westen sogar Werte um 8 bis 9 Grad und später setzt auch hier stellenweise etwas Regen ein. Der Wettertrend für den Rest der kommenden Woche. Wir sehen es, es wird wieder deutlich milder. Morgen am Dienstag 6 bis 11 Grad. Am Mittwoch ein Mix aus Sonne, Wolken, Nebel. Im Westen etwas Regen, das Ganze bei 7 bis sehr milden 15 Grad. Schon wieder ein Frühlingserwachen und auch der Donnerstag zeitweise freundlich. Sonnenschein, ab und zu ein paar Wolkenfelder, aber weiterhin extrem zu mild für die Jahreszeit. 7 bis 14 Grad. Und auch der Trend zum Wochenende. Es bleibt dann leicht wechselhaft, wird aber wieder etwas kühler. Am Samstag noch 3 bis 7 Grad, ähnlich auch am Sonntag. Und in den höheren Lagen, so vom Bayerischen Wald und vom Schwarzwald, da kann es stellenweise auch mal Schnee, Regen oder Schnee geben. Ja und zum Schluss noch der Blick auf die Ensemble-Vorhersage. Und wir sehen, da ist weiterhin eine Abkühlung in sich. Diesmal die Ensemble-Vorhersage für das Rheinland bis zum 29. Januar. Zunächst relativ warm, weiterhin Temperaturen um 10 Grad. Dann aber Richtung letztes Monatsdrittel etwas kühler. Aber wir sehen auch, der große Winterwurf wird das zumindest für das Rheinland nicht werden. Und es gibt auch schon wieder eine Berechnung, die geht deutlich über der Null-Grad-Marke hinweg. Und auch sonst liegen die Werte meist so um 3, 4 bis 5 Grad. Und Richtung Monatsende wird es schon wieder wärmer. Also so ein richtiger Wintereinbruch will das sehr wahrscheinlich auch zum Monatsende nicht werden. Das wäre aber mal dringend notwendig, denn bisher, ja, der Januar ist deutlich zu warm. 4,5 Grad Wärme verglichen mit dem langjährigen Durchschnitt der Jahre 1961 bis 1990. Das ist wirklich extrem. Ein sehr, sehr warmer Januar. Aber das war ja auch so von den langfristigen Wettermodellen erwartet worden. Das war es vom Wetter hier bei wetter.net und wem es gefallen hat, der lässt bitte einen Daumen nach oben da. Und denkt dran, bitte abonniert auch unseren YouTube-Kanal wetter.net. Tschüss und einen guten Start in die neue Woche.